Wir kommen zu dem Thema, das wir uns für diesen Morgen gestellt haben, das fünfte Evangelium. Ich möchte da ein bisschen weitermachen und ich möchte aber vorher noch mal kurz ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich möchte das bitten in Jesu Namen und um seinet Willen, um seines Evangeliums Willen, dass du uns die Augen öffnest, Herr, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Wenn ich zwischendurch mal husten muss, entschuldigen Sie, ich habe es da ziemlich auf den Bronchien im Moment. Ja, einleiten möchte ich beginnen mit diesem Text. Man kann ja die Bibel bekanntlich einteilen, das ist übrigens sehr interessant, in genau sieben Teile. Das ist ja eine Vollzahl. Die Zahl sieben ist die Fülle. Das ist etwas Abgeschlossenes, Ganzes, steht auch für Gott und seine Fülle. Und diese sieben Teile der Bibel sind da aufgeführt. Das sind zuerst einmal die Mosebücher und dann kommen die Propheten und dann kommen die sogenannten übrigen Schriften oder alle Schriften. Ja, was sind das? Neben Mose und Propheten, das sind die poetischen Bücher oder Geschichtsbücher. Die Psalmen, Hohelied und so weiter und so fort. Esther und Nehemiah etc. Dann kommen wir ins Neue Testament. Da haben wir die Evangelien und danach kommen wir zur Apostelgeschichte. Und dann kommen die apostolischen Briefe. Und als siebtens, die Bibel endet dann mit dem letzten Buch, eben mit der Offenbarung. Das alles zusammen ist die gute Botschaft Gottes. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und Nütze zur Lehre, zur Besserung, zur Veränderung, dass wir lernen etc. Also die gute Nachricht. Und nicht umsonst, das ist erwähnenswert, endet ja dann die Bibel im letzten Kapitel, Offenbarung Kapitel 22, 18, 19 mit der Warnung bzw. mit dem Gebot. Also ich gebe das jetzt mit meinen Worten wieder. Wehe dem, der jetzt noch etwas hinzufügt oder wegnimmt. Das ist insofern interessant, weil wenn wir jetzt diese sieben Teile vor Augen haben, die wunderbar aufgehen als das Gesamtpaket der guten Nachricht Gottes und dann die Bibel mit dieser Warnung endet, dann bedeutet das schlichtweg, dass alles als falsch entlarvt wird, was später noch als sogenannte Offenbarungen oder sogar Evangelien, Pseudo-Evangelien. Oder nehmen wir den Koran, 6. und 7. Jahrhundert nach Christus, da gab es die Bibel schon lange. Oder das Buch Mormon ist alles entlarvt von vornherein als falsch. Nur die Bibel in diesen sieben Teilen ist die Wahrheit. So, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, ein bisschen seltsam, eine kleine Provokation. Aber nicht, um sie zu provozieren, sondern um sie zu sensibilisieren auf eine gottgegebene Wahrheit. Ich muss mich ja rantasten heute noch einmal zum fünften Evangelium. Und diese Sensibilisierung besteht in einer Frage. Nicht um zu provozieren, sondern um unser Denken anzuregen, zu sensibilisieren. Wo steht eigentlich in der Bibel, dass es vier Evangelien gibt? Ich meine, steht das irgendwo? Klar, wir haben vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber steht irgendwo, dass es vier Evangelien gibt? Alle sagen, alle vier Schreiber sagen, Evangelium Jesu. Keiner dieser Schreiber würde sagen, mein Evangelium. Matthäus war Apostel. Und er ist mit Jesus unterwegs gewesen. Er ist der Autor des ersten Evangeliums. Daran gibt es keinen Zweifel für mich. Aber in seinem Evangelium selbst steht nie, dass er sagt, ich habe das geschrieben. Oder? Ich, Matthäus, habe das geschrieben. Steht nicht. Kommen wir zu Markus. Markus war kein Apostel übrigens. Und er beginnt sein Evangelium mit dem Satz, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Er sagt nicht, das Evangelium des Markus. Markus war kein Apostel, sagte ich. Manche nehmen an, er habe in Zusammenarbeit mit Petrus das Evangelium übernommen. Beziehungsweise niedergeschrieben. Wie dem auch sei, ist egal. Auf jeden Fall ist das Markus-Evangelium natürlich, Evangelium Jesu Christi und es ist göttlich inspiriert. Aber er selber sagt nicht, ich, Markus, habe das geschrieben. Kommen wir zu Lukas. Lukas war wiederum auch kein Apostel. Ebenso wenig wie Markus. Und er ist wahrscheinlich der einzige Grieche, der im Neuen Testament ein Buch verfasst hat. Das ist wunderbar. Und dieser Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Und in der Apostelgeschichte, da heißt es immer mal wieder, dass er in der Wir-Form schreibt. Wir, also er war mit Paulus und anderen unterwegs und dann sagt er, wir aber gingen von da nach da und so weiter und so fort. Und das zeigt, ah, dann muss er ja der Autor der Apostelgeschichte gewesen sein. Und er richtet die Apostelgeschichte an einen Mann namens Theophilus. Und das ist mit dem Lukas-Evangelium genauso. Das ist ja vorher entstanden. Selber Adressat, auch ein Theophilus. Und dann sagt Lukas in den ersten drei Versen, wie sein Evangelium zustande gekommen ist. Er sagt, ich habe recherchiert. Er hat es nicht direkt durch eine Offenbarung von Jesus bekommen. Wohl inspiriert durch den Heiligen Geist, wie die anderen auch. Aber er musste etwas tun. Er musste, ihm lagen die Überlieferungen der Augenzeugen vor. Da konnte er nachfragen oder nachschauen, sich orientieren, sich daran anlehnen. Ah, die Apostel. Und dann sagt er, dann habe ich ganz genau nachgeforscht. Also, ich sage es noch einmal. Lukas hat recherchiert. Er war ein Geschichtsschreiber, ein Historiker. Allerdings ein inspirierter Historiker. Aber auch in seinem Evangelium, obwohl natürlich die Indizien sprechen für sich. Ich zweifle nicht, dass Markus der Autor vom Markus-Evangelium ist. Und Matthäus ebenfalls. Und Lukas auch. Aber was ich sagen möchte, es geht um Sensibilisation. In seinem Evangelium selbst steht es nicht. Steht nicht. Obwohl es so ist. Aber steht nicht. Ja? Ja gut, dann kommen wir zum Johannes. Johannes-Evangelium, das vierte Evangelium. Johannes war nun wie der Apostel. Also der war Augenzeuge. Der war selber dabei. Der musste nicht recherchieren. Wie Lukas. Er war selber dabei. Und er nennt sich ja, das ist so schön, also man nimmt das an. Es steht auch nicht so geschrieben, aber man nimmt das an. Er sagt ja mehrere Male, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Wissen Sie das? Kennen Sie das? Und da spricht er wahrscheinlich von sich selber. Er wollte seinen Namen nicht erwähnen. Seinen eigenen Namen. Ich, Johannes. Und darum hat er so in dritter Form geschrieben. Ja? Den Jünger, den Jesus lieb hat. Und dann nimmt man an, zu Recht. Damit meint er sich selber. Und da gibt es eine schöne Geschichte, eine Begebenheit, eine ernste. Heute, ziemlich am Ende seines Evangeliums, Johannes Kapitel 21, nach der Auferstehung Jesu, Kapitel 20, da heißt es, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Also offensichtlich Johannes. Und dann stellt Petrus, stellt dann dem Herrn die Frage, du, was wird denn aus dem? Und dann sagt der Herr, du, das geht dich gar nichts an. Wenn ich will, dass der bleibt, bis ich wiederkomme, folge du mir nach. Ja? Und dann heißt es in Vers 24, dies ist der Jünger, Johannes Evangelium, der das geschrieben hat, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also, das Johannes Evangelium hat offensichtlich der Jünger geschrieben, den Jesus lieb hatte. Und das war mit großer Wahrscheinlichkeit Johannes. Aber es steht auch da nicht klipp und klar. Es steht nirgends, ich, Johannes, habe das geschrieben. Wir zweifeln nicht daran. Indizien, Überlieferungen, hebräischer Brauchtum, alles spricht dafür. Auch inhaltlich in der Bibel. Aber eben, ich will sensibilisieren. So. Und Sie werden auch wissen, warum. Jetzt kommen wir zu Paulus. Wir haben eben gelesen, Galater 1, Paulus war berufender Apostel. Kein Historiker, der musste keine anderen fragen, wie Markus vielleicht den Petrus oder wie Lukas recherchieren musste und die Augenzeugen befragen musste, forschen musste. Nein, er war selber berufender Apostel Jesu Christi. Und er sagt nun, Römer 2,16, an dem Tag, da hat Freddy geredet drüber, letzten Donnerstag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Ja. Deutlicher geht es doch nicht, oder? Da brauchen wir keine Indizien. Da brauchen wir keine Überlieferungen. Das steht ja eindeutig da. Ja, ich habe das geschrieben. Das ist mein Evangelium. Und achten Sie mal auf den Stellenwert seines Evangeliums, dass er sogar so weit geht, dass er sagt, das wird ein Kriterium sein für den Tag des Gerichtes. Puh. Gehen wir ein bisschen weiter. Römer 16, 25. Dem aber, der euch befestigen mag, vermag, nach meinem Evangelium. Und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Also, jetzt müssen wir das mal zerlegen. Er sagt wieder, mein Evangelium. Und was sagt er dann als Zusatz? Er sagt, mein Evangelium ist ein Evangelium Jesu Christi und eine Offenbarung eines Geheimnisses, das vorher nicht bekannt war. Nicht mal in den vier Evangelien. Geschweige denn im Alten Testament. Ich habe ein Evangelium bekommen. Das steht nicht im Kontra zu den anderen Evangelien. Ist eine Ergänzung, eine Fortsetzung. Aber er sagt, ich habe ein Evangelium bekommen, das geht weiter. Das ist ein Geheimnis, das Geheimnis einer Offenbarung, die der Herr mir gegeben hat. Und dann 2. Timotheus 2, 8. Das ist auch das Thema für die Israel-Konferenz. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Also, ich sage noch einmal, deutlicher geht es nicht. Also, jetzt, wenn es vier Evangelien gibt und Paulus von seinem Evangelium spricht, dann ist das doch schlichtweg auch eins, oder nicht? Ist es eins, oder ist es keins? Nun ist es aber nicht so, dass man denken könnte, dass sein Evangelium von ihm selber käme. Dass er sich das irgendwie erdacht hat. Nein, nein. Das verwechseln ja auch viele. Das merke ich manchmal in Gesprächen. Die meinen immer, mein Evangelium, ja, das muss aber doch von Jesus und Jesu-Evangelium und so weiter. Und dann geht die Diskutiererei los. Sein Evangelium ist ja Evangelium Jesu Christi. Das ist ihm ja von Jesus gegeben. Und da ein Beleg. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also, Paulus sagt, die Herkunft meines Evangeliums ist die Herrlichkeit des seligen Gottes. Und darum nennt er sein Evangelium auch noch mit anderen Bezeichnungen. Er sagt, mein Evangelium. Er sagt aber auch, weil es ihm ja von Gott gegeben ist, Evangelium Gottes, Evangelium der Gnade, der vollkommenen Gnade, Evangelium der Herrlichkeit, Evangelium Jesu Christi. Also unter dem Strich möchte ich das nochmal betonen. Das Evangelium, das der Herr ihm gab, ist einfach, schlicht und einfach, eine Fortsetzung der vier Evangelien, aber in erweiterter Form. Es kommen Zusätze hinzu, die vorher nicht bekannt waren. Und darum ist das für mich jetzt auch persönlich ein Anliegen, mich mit diesem Evangelium zu befassen, dass ich nicht nur, nur, es ist ja notwendig, aber ganz vorne stecken bleibe, sondern wirklich auch weiterkomme, ja, was hat Gott denn da noch alles in seinem Gewandbausch, ja, was er rausholt und mir schenken möchte. Und das zeigt er dem Paulus. Und darum, der Sinn des Evangeliums Gottes, das er Paulus anvertraut hat, bleiben wir beim Sensibilisieren oder Provozieren, obwohl ich sie nicht provoziere. Warum hat Gott statt vier nicht ein ausführlicheres Evangelium gegeben? Haben Sie sich das mal gefragt? Ich meine, wir haben vier Evangelien am Anfang der Bibel, des Neuen Testamentes, aber er hätte das doch zusammenfassen können in einem großen, oder nicht? Manche Sachen, nicht wenige Sachen, wiederholen sich ja sogar. Das hätte eine Erwähnung gereicht, das andere hätte man weggelassen und das, was zusätzlich noch hinzugekommen ist, ja, da macht man ein großes raus, dann hätte das eine Evangelium dann eben 40 Kapitel gehabt oder 50. Jesaja hat 60 Kapitel, Jeremia hat über 50 Kapitel, Jesaja hat über 60 Kapitel. Also ein Evangelium am Anfang der Bibel, ein Evangelium Jesu Christi mit, sagen wir mal, 50 Kapitel, wäre doch gut gewesen, ne? Nee, wäre es eben nicht. Die vier Evangelien, das ist natürlich klar, das sind der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Der verheißene Messias ist gekommen. Das war der Höhepunkt von allen alttestamentlichen Aussagen diesbezüglich. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann, er ist aus den Toten auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen. Er hat die Erlösung vollbracht für alle Menschen, aller Zeiten, für die Israeliten und für die Nationen. Vergebung, vollkommene Vergebung. Aber warum vier Evangelien? Der Heilige Geist Gottes hat aus dem Leben Jesu vier Evangelien gemacht, um damit vier besondere Ziele zu erreichen. Wir hatten das, glaube ich, das letzte Mal schon lange her, wenn Sie vergessen haben. Da bin ich ein bisschen darauf eingegangen. Er setzt damit vier Schwerpunkte. Er hat ein Ziel. Und das hat er mit dem Evangelium von Paulus doch auch. Gehen wir ein bisschen weiter mit der Sensibilisierung. Warum hat Gott nun überhaupt noch den Apostel Paulus berufen? Wäre das überhaupt nötig gewesen? Der Allmächtige hätte doch das, was er Paulus offenbarte, zusätzlich den anderen Aposteln geben können. Petrus, der Größte, der Apostel, der Vorreiter. Ja, der schreibt zwei kleine Brieflein im Neuen Testament. Jakobus, ein kurzes Büchlein. Johannes, drei ganz, ganz kleine Abschnitte. Und dem Paulus, der wird das ganze Feld überlassen. der kriegt den größten Teil vom ganzen Neuen Testament. Es hat heilsgeschichtlichen Sinn. Der Allmächtige beruft Paulus zum Apostel der Nationen. So urplötzlich, wie die Gemeinde aus dem Nichts entstand, also als Leib Christi, die Nationen mitgerettet werden, dafür will Gott jetzt einen besonderen Apostel erwählen. Und der hat die Aufgabe, die Gemeinde Jesu zur Vollendung zu führen. Darum ist sein Evangelium so wichtig. Er will in tiefere, verborgene, weiterführende heilswahrheiten heilswahrheiten hineinbringen. Es dreht sich dabei um Enthüllungen, die der irdische Christus damals noch nicht gesagt hat, aber die jetzt der himmlische Christus dem Paulus offenbart. Außerdem, das ist das Herrliche, geht es darum, Jesus Christus dem höchsten Triumph zuzuführen, den Gott, der Vater, für Gott, den Sohn, bereitet hat. Wissen Sie, Gott, Vater will nicht nur, das könnte man jetzt denken, wenn man so die vier Evangelien liest, ja, Gott, der Vater, will nicht nur Erlöste zuführen. Er will viel mehr. Er will seinem Sohn, und das war eben ein Geheimnis im Alten Testament, einen Leib zuführen, ein verborgenes Geheimnis, Glieder seines Leibes. Und das wurde dem Apostel eben offenbart, für uns als Gemeinde. und darum nennt ja, man höre und staune, darum nennt ja der Apostel Paulus sein Evangelium auch die Vollendung des Wortes Gottes. Stellen Sie sich das mal vor. Ich bin im Blick auf euch, auf Gemeinde Jesu, bin ich der Vollender des Wortes Gottes. Kolosser Kapitel 1, Vers 25. Paulus nennt man deshalb auch, also manche Theologen tun das, das ist der Apostel der Geheimnisse, weil er eben all die Geheimnisse im Neuen Testament geoffenbart bekam. Niemand, niemand hat auch mehr intensiver, weiträumiger, deutlicher über die Auferstehung Jesu geredet, über die Himmelfahrt Jesu, über seine Rückkehr, wie der Apostel Paulus. Und über das, was Gemeinde im Himmel erwartet, die Herrlichkeiten des Himmels für Gemeinde Jesu, da hat niemand mehr darüber gesprochen als Paulus. Es werden durch ihn die höchsten Herrlichkeiten und die herrlichsten Vollendungsziele für die Gemeinde Jesu dargelegt. Und darum ist er ja selber, er bleibt ja in Demut und wenn er von seinem Evangelium redet, aber er sagt ja, gucken Sie mal, Galater 1, Vers 12, das ist aussagekräftig. Er sagt, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Was bedeutet das? Paulus musste nicht recherchieren und sich Erkundigungen einholen. Bei irgendeinem, bei keinem der Apostel. Wie Lukas das zum Beispiel tat. Lukas war ein inspirierter Historiker. Paulus hat selber Geschichte geschrieben. Und das, was er empfangen hat, gucken Sie sich den Vers an. Was er empfangen hat, konnte man nicht mal erlernen. Kein noch so tiefes Theologiestudium hätte ihm das beibringen können. Ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt. Das kann man gar nicht lernen, was ich euch bringe. Das kann man nur empfangen. Kann man nur empfangen. Und darum sagte auch mal jemand, treffend finde ich, denken wie Paulus ist ein Abenteuer der Gnade. Da müssen wir hineinfinden. Da müssen wir hineinfinden. Da werden Sie einen Quantensprung im geistlichen Leben erleben. um um jetzt nicht das andere zu untergraben, aber ich habe jetzt hier so eine Liste mal gemacht. Der Sinn der apostolischen Briefe, also Johannesbriefe könnte man betiteln, da wird uns die Gewissheit des Glaubens dargelegt oder durch Glauben, ja, Gewissheit durch Glauben. Jakobus Werke durch Glauben, Petrus Bewahrung durch Glauben, Judasbrief Wachsamkeit durch Glauben, Hebräerbrief Vollkommenheit des Glaubens, Paulusbriefe Vollendung und Herrlichkeits Ziele des Glaubens. Jetzt möchte ich nur repräsentativ, es gäbe ja viel mehr, drei Besonderheiten des Evangeliums des Paulus erwähnen, mehr nicht heute Morgen und dann machen wir auch Schluss, ja, aber da sehen wir durch diese drei Beispiele sehen wir schon, oh, ja, schon unwahrscheinlich. Das Erste ist, in Christus sein. Ja, jetzt kann man sagen, hat ja Jesus auch schon drüber geredet, Johannes Kapitel 15, Rebe am Weinstock, ja, ihr in mir, ich in euch und so und wie die Rebe am Weinstock, das ist schon richtig, aber das steht noch in einem ganz, ganz anderen Zusammenhang damals. Es ging da um damalige Jüngerschaft, wobei man sich wieder von Jesus trennen konnte und das ist ja auch passiert, ja, Johannes Kapitel 6, Vers 66, von da an gingen viele hinter sich und gingen nicht mehr mit Jesus. Die haben sich von ihm getrennt, die gehörten zu ihm, das waren Jünger oder denken wir an Judas, ja, und da meinen jetzt eben dann auch viele, wenn man dabei stehen bleibt, ja, da muss ich aber aufpassen, ja, und nicht, dass ich abgeschnitten werde und verbrannt und in die Hölle komme und so, Gehenna und so weiter und so fort, ist für viele ein Problem und darum die tiefe Bedeutung der Heilslehre für Gemeinde eines Kindes Gottes in, sich in Christus zu befinden, was das bedeutet, das ist dem Paulus gegeben und das kommt in seinen Briefen ungefähr 80 Mal vor. in Christus. Haben Sie das schon mal erforscht? Wir haben da ein schönes Buch, meine Identität in Christus. Der Mann hat das ausgearbeitet, nur die Paulus-Hinweise, nur die Paulus-Hinweise und da hat er 100 Kapitel rausgemacht. Kann man so für jeden Tag ein Kapitel lesen wie ein Andachtsbuch, also mir hat das unwahrscheinlich viel gebracht. die Bedeutung, die tiefe Heilsbedeutung, sich in Christus zu befinden, was das für mich bedeutet, auch für meinen Alltag, auch für das Umgestaltetwerden. Ist unglaublich, ja? Das prägt uns, auch unser Denken. Paulus sagt zum Beispiel, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht eine herrliche Aussage? Johannes sagt, der Geist, der in euch ist, der bleibt in euch. Petrus auch, ergänzend, wunderbar, dass es diese Parallelen gibt, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede sei euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Aber die Darlegung der Bedeutung in Christus zu sein, das ist dem Paulus gegeben. Der legt das so richtig dar, was das für uns bedeutet. Und ich finde, viel zu viele Christen sind sich viel zu wenig bewusst, dass sie sich in Christus befinden. Ja, wir sagen immer, ich auch, komm mit, geh voran, ebne den Weg und so darf man auch beten. Aber manchmal halte ich an und sage, Mensch, du bist ja da. Darum kann ich an jedem Ort beten, weil er immer da ist. Das erinnert mich an eine Geschichte aus diesem Buch, meine Identität in Christus. Da ist eine Reisegruppe und der Autor dieses Buches ist selber dabei. Da ist er mit einer Reisegruppe in einem Car, also in einem Bus, in einem Reisebus unterwegs und sie wollen einen Ausflug machen zum Grand Canyon. Und der Busfahrer hat dann angehalten, hat gesagt, so, ihr könnt jetzt alle aussteigen, zwei Stunden hole ich euch wieder ab. Ja, gut. und dann sind die ausgestiegen und dann haben die sich alle umgeguckt und gesagt, ja, wir stehen ja gar keine Schiller da. Wo ist denn der Grand Canyon? Und dann etwas verunsichert, da kam so ein Ranger, etwas verunsichert, fragen sie den, entschuldigen Sie, können Sie uns sagen, wo es hier zum Grand Canyon geht? und da muss der lachen und da sagt der Buch ausdor, das war die peinlichste Frage meines Lebens. Der musste lachen, weil wir befanden uns ja mitten im Grand Canyon. Der ist 450 Kilometer lang, so lang wie die Schweiz, oder? Ungefähr, ne? 30 Kilometer breit, zwei Kilometer tief und die fragen sich ja, wo ist denn der Grand Canyon? Manche suchen Jesus irgendwo, da ertappe ich mich dann auch immer wieder bei und man vergisst, man befindet sich ja mitten in ihm und in seinem ganzen Reichtum. Kolosser 1,27 Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann schreibt eben der Autor, der schreibt diese Frage, wo ist der Grand Canyon? Sollten wir uns auch in Bezug auf unser in Christus sein stellen? Es jahrläufigste und tiefgründigste Thema der Briefe des Apostel Paulus, sozusagen der Grand Canyon seiner Briefe. Und doch reden wir fast nie darüber. Und das ist eben meine Last. Das ist meine Last. Ohne das andere abzuwürgen, es ist alles gleich wichtig, alles von Gott gegeben. Aber ich merke, wie oberflächlich wir manchmal, ich bin ja froh, dass wir die durchnehmen, ja, auch in unserer Bibelgebetstunde oder in der GBSM. Aber so weit auf und ab sieht man, man redet über alles, sehr viel, sehr oft, aber sehr wenig über diese Briefe. Ja, ein zweiter Punkt, auch ein bisschen provokant, mehr als Nachfolge. ist vielleicht ein Wortspiel, man kann natürlich sagen, ich folge Jesus nach, sicher, sicher, aber mir geht es, sag ich ja auch, komm, wir wollen Jesus nachfolgen oder ich bete, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Auf dem T-Shirt da einer Fellow me, da im Jungscherlager oder so, ist wunderbar, wunderbar, hat auch seine Berechtigung. Aber mir geht es jetzt um die theologische Darlegung, um einfach mal zu zeigen, wie anders der Paulus ist, der kein anderes Evangelium hat, aber ein weiterführendes mit neuen Aspekten. Und er redet weniger von Nachfolge als vielmehr von Nachahmung. Er sagt immer Nachahmung. Gucken Sie mal hier, Kolosser 2, Vers 6 zum Beispiel, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, nicht ihm nachfolgen. Du bist in Christus, lebe dein Leben in ihm, werde dir bewusst, in was oder in wen du hineingestellt bist, wer dich umkleidet, wer immer gegenwärtig ist und lebe dementsprechend. Oder da gibt es noch mehr Verse, Epheser 5, 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist ganz interessant. Er sagt nicht Nachfolger als geliebte Jünger, sondern Nachahmer als geliebte Kinder. Wandel, Leben in ihm ist nämlich mehr als ich sage jetzt mal in Anführungsstriche nur Nachfolger. Ich möchte das nur theologisch, ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich will da nicht jetzt irgendwas anderes da wegwischen und runtertrampeln oder so. Nein, gar nicht. Aber wir werden da doch wieder einmal sensibilisiert für diese Tiefe, für die tiefere Tiefe, in die Gott uns hineingestellt hat. Nachfolge gehört nämlich zur Jüngerschaft, Nachahmung gehört zur Kindschaft. Wandel in ihm gehört zur Zugehörigkeit des Leibes. Gucken Sie mal, ich habe da mal so eine Liste gemacht, da hat mir ein Bruder aus Deutschland übrigens geholfen, das habe ich mehr oder weniger übernommen. Die zwei Linien, Jüngerlinie und Sohneslinie, fand ich so interessant, ja, das hat ja was. Jüngerlinie ist irdische Berufung, Sohneslinie ist himmlische Berufung, ja, die Gemeinde Jesu als der Leib vor Grundlegung der Welt berufen. Jüngerlinie keine Verwandtschaft, Sohneslinie, wir sind Söhne und Töchter eines Vaters im Himmel. Jüngerlinie war offenbar, war nie ein Geheimnis, gab es schon. Sohneslinie ist ein Geheimnis, Gemeinde Jesu als der Leib. Jüngerlinie Gesetz, Werke und Gnade natürlich auch, aber Sohneslinie Gnade und dementsprechend dann aus der Gnade heraus Werke. Jüngerlinie Israel, Johannes der Täufer, ja, der hatte schon seine Jünger, Pharisäer hatten ihre Jünger, aber Sohneslinie Leibesgemeinde. Jüngerlinie, gut, das ist jetzt mein, ja, nach meiner Erkenntnis, Israel, Jüngerlinie Braut, Sohneslinie Leib Christi, Glieder, wir sind Glieder des Leibes des Christus. Jüngerlinie Machen, Sohneslinie gewirkt in, durch, für, zu Christus. Jüngerlinie, da konnte man wieder abfallen, ja, jetzt haben wir da Sohneslinie Kniefall, das heißt immer wieder danken, immer wieder beten, oh Herr, wenn ich daneben liege, du bringst mich wieder zurecht, aber du bleibst treu, denn du kannst dich selber nicht verleugnen, du lässt mich nicht verlogen gehen. Und dann eben drei, vier Evangelien, Jüngerlinie damals vier, das Übergangsevangelium Johannes und das fünfte Evangelium dann eben das des Paulus. Es geht um, nicht um Gesetzesgehorsam bei Paulus, es geht um Glaubensgehorsam und das müssen wir schon feststellen, wir dürfen jetzt nicht sagen, ja jetzt ist der Paulus, ach jetzt sind wir in Christus, jetzt haben wir die totale volle Gnade, jetzt können wir machen was wir wollen, nein, das wisst ihr, dass das nicht gemeint ist. Die Botschaft des Paulus ist frei vom Gesetz, Mose, vollkommene Gnade, jawohl, Diener eines neuen Bundes, ja, aber diesem Bund sind wir vollumfänglich im Glaubensgehorsam und tägliche Heiligung verpflichtet. Ich möchte auch da jetzt nur zwei Verse noch erwähnen hier, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Klare, unmissverständliche Aufgabe, Aufforderung. oder Römer 6, 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde als der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und er geht manchmal mit Gemeinden, ja, das sehen wir ja im Korintherbrief, aber auch im Epheserbrief und so, Galaterbrief, er geht da mit Gemeinden manchmal ganz stark ins Gericht. Er sagt, ruht euch nicht auf dem Polster der Gnade aus, also bitte, ja. Paulus warnt an vielen Stellen vor einem Leben, dass Gott missfällt und er fordert dazu auf, verändert zu werden. Verändert zu werden. Wir sollen dem Heiligen Geist und seiner Kraft Raum geben. Und da frage ich jetzt mal ganz persönlich. Wirst du verändert? Er sagt ja, werdet, zieht die Gesinnung Jesu Christi an. Werdet verändert, so und so. Ja, ich habe mich das dieser Tage noch gefragt. Ich habe mir gesagt, ja, wie ist eigentlich, ich bin jetzt längere Zeit bekehrt, habe ich mich jetzt wirklich verändert oder bin ich immer noch eigentlich so, wie ich immer schon war, nur mit einem christlichen Deckmantel. Paulus redet ja davon, er sagt, die haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen sie. Ja, wie verleugnen sie die Kraft? Sie lassen nicht an sich arbeiten, sie lassen sich nicht verändern. Gut, man selber merkt das dann vielleicht auch nicht so, aber bei anderen merkt man das dann schon. Es gibt Menschen, wo ich sagen muss, ganz deutlich sagen muss, die oder der, also da sieht man also wirklich eine Veränderung zur Heiligung, zur lieben Art und früher war da vielleicht dies und jenes und das ist heute nicht mehr da, Zornausbrüche oder sowas, ja, Veränderung. Und ich sage Ihnen, ich habe da gebetet, wie wild, Herr, da sage ich jetzt aber ja zu, du, ich will verändert werden. Ich möchte der Kraft deines Geistes in mir Raum geben. Zum Schluss unsere Stellung in Christus, das ist auch, das hat mich eben auch umgehauen, als ich das so zusammentrug. Unsere Stellung in Christus, ich stelle mal, es ist ja auch das, was Paulus uns vermittelt in seinem Evangelium, ja, wenn wir das wissen, also schon alleine das dient dazu, dass wir umgestaltet werden oder verändert werden oder loben und ein anderes Leben leben wollen. Wenn ich das weiß, ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist ja eine ganz andere Sprache als noch in den Evangelien selbst, in den vier Anfangsevangelien. Ich bin mit Christus gestorben, mit ihm begraben, mit ihm lebendig gemacht, mit ihm auferweckt, mitsitzend in den himmlischen Örtern, mit auferbaut, zu einer Behausung Gottes. Wir sind mit Erben, mit Einverleibt, mit Teilhaber. Also, das sprengt doch alle Verheißungen. Das ist unsere Stellung und dazu dient das. Und wir dürfen daraus drei Dinge lernen. Das erste ist, ja, das habe ich noch als Präsentation, dass der himmlische Vater seine Kinder so sieht. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und so lebendig gemacht, so sieht Gott dich. Das ist sein Wort. Das ist das, was er seinem Sohn zufügen wollte, im sogenannten fünften Evangelium des Apostel Paulus. So sieht dich Gott und wenn Gott dich so sieht, dann darfst du dich doch auch so sehen und diese Glaubensstellung einnehmen und aus dieser Glaubensstellung dann oder Glaubenshaltung heraus dürfen wir ein neues Leben leben. Also es geht nicht um ein Abweichen von gegebenen Wahrheiten, die absolut da sind und die die Grundlage sind, sondern es geht um ein tieferes hineingeführt werden in neue Wahrheiten. Und nochmal dazu dient das fünfte Evangelium, auch die anderen apostolischen Briefe, aber da muss man ja auch immer wieder darauf achten, welchen Blickwinkel die haben, welche Schwerpunkte die haben und für wen. Möge der Herr uns einfach Gnade geben und möge es ein Anreiz sein, dass sie vielleicht sich vertieft mit dieser Thematik befassen, mit den Briefen. Und ich weiß nicht, ob wir das noch im Büchertisch haben überhaupt, dieses Buch Meine Identität in Christus. Wer es noch nicht hat, viele haben es ja schon mal gekauft, besorgen Sie sich das und machen Sie das mal, diese 100 Andachten oder Kapitel, sind immer nur relativ kleine Kapitel, aber da merken Sie, so klasse und die sind so gewürzt, herrlich. Amen, Schluss, Norbert, hör auf.